Die Ölmühle in Simonswald ist ein Kulturdenkmal aus dem frühen 18. Jahrhundert. Das Haus im Stil eines Heidenhauses steht zwischen der wilden Gutach und dem Mühlenkanal. Die Ölmühle, die mit einem unterschlechtigen Wasserrad angetrieben wird, besteht aus der eigentlichen Ölmühle mit Reibestein, Ölofen und Pressvorrichtung sowie einer Trotte, zu der ein mächtiger 10 Meter langer Eichener Torkelbaum gehört, der die Jahreszahl 1712 trägt. Öl wurde vor allem aus örtlich erzeugtem Raps, Mohn, Walnüssen oder Buchhecken erzeugt. Neben der Ölmühle wurde auch wieder eine funktionfähige Getreidemühle in einem Seitengebäude eingerichtet. Musik 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 Musik